Herzlich Willkommen zum sechsten Türchen des Pyro Advents Kalenders. Heute ist schon Nikolaus und ja, da erwartet euch was sehr Schönes. Wir suchen gleich mal das Türchen Nummer 6 raus. Viele haben es vielleicht schon gesehen und zwar befindet sich das hier hinten. Und ja, das Ganze ist jetzt Türchen Nummer 6, echt ziemlich groß. Dann schauen wir einfach mal, was sich da drin so befindet. So, jetzt hier für euch das ziemlich große sechste Türchen. Wir schauen da natürlich gleich mal rein. Und ja, man sieht schon etwas. Enthalten wir jetzt hier ein römisches Licht von Veko mit 5 Schuss. Ist auch schon etwas älter mit der BAM P2 Nummer. Und als Highlight hier eine 100 Schuss Leuchtkugel Batterie. Das Ganze ist hier von Helios Veko Feuerwerk. Und hat eine Brenndauer von ca. 15 Sekunden. Wir können auch hier nochmal drauf schauen. Hat eine Nrm von 34 Gramm. Hier haben wir noch den Standfuß zu diesem Teil. Das macht sich ganz gut, damit es nicht umfliegt. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesen schönen Nikolaustierchen und mit vielen bunten Leuchtkugeln. So, wir fangen jetzt an mit dem Röli. Geht gleich los. Alter, bin ich erschrocken. Da kam alles auf einmal raus. Und zwar alle 5 Schuss. Schaut auf jeden Fall ziemlich schön aus. Und jetzt noch diese fette 100 Schuss Leuchtkugel Batterie. Viel Spaß. Mega schön. Jetzt ist es schön. Wenn euch jetzt das sechste Türchen gefallen hat, mit dem kleinen Extra, weil die Leuchtkugelbatterie unschaffbar, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like und einen Kommentar freuen. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, um keine weiteren Türchen von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.